So viel tolles Zeugs. Ich weiß gar nicht, wie wir das verdient haben. Da war eine Kiste, habe ich genau gesehen. Ich muss erst mal genau hingucken jetzt. Und am besten nicht gegenfahren. Das ist ja mal ein Ding hier. Guck sich das einer an. Vorsichtig hin manövrieren hier. Na, wenn das mal nicht sauber angelegt ist, dann weiß ich doch auch nicht weiter. So. Das Segel bitte einmal refen. Oh, das ist ja aufregend gerade. Boah, guck mal hier. Korallen. Ist das da eine Kiste? So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich mir erst mal hier auf den Sperr hole. So. Dann sehen wir uns das jetzt mal genauer an. Oh. Das ist ja mal mega. Der Hai kommt, kommt der Hai hier überhaupt hin? Na ja, ich vertraue jetzt nicht drauf, dass es nicht so ist. Aber kann ich vielleicht von hier aus schon? Nee. Muss ich wohl mal drauf ankommen lassen. Kann man das hier nicht abbauen? Vielleicht da mit? Eine Kapitänsmütze. Ich hab eine fucking Kapitänsmütze gefunden. Sieht's euch rein, yo. Wo ist die? Wo ist diese Mütze hin? Geil. Muss ich gleich mal gucken, wie ich nochmal die Sicht ändere. Ein Radio. Plastik. Oh, die Tassen kann man nicht mitnehmen. Hat der was im Kühlschrank? Nein. Planken. Planken gehen immer. Eine Mikrowelle. Oh, die ist kaputt. Ich höre wieder... Hai. Randaliert. Kacke. Egal, genug Zeit jetzt. Ja, das kann ich nicht kaputt hauen. Nicht mal mit meiner Mega-Axt. Schade. Aber egal. Egal. Also selbst wenn ich jetzt hier nichts mehr erfinde. Allein schon die Kapitänsmütze. Die hat's doch schon dermaßen gerockt. Muss man eben was essen. Na ja, Kokosnuss, komm. So viel Kokosnuss. Muss für den Augenblick zumindest reichen. Könnte ich denn hier... Kriechen, Sprung, nein, 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 nein. Drehen. Spiel-Info. Chat öffnen. Haustier um bin, ne? What the fuck? Spoiler-Alarm. Kann man nicht irgendwie doch... Irgendwo konnte man doch die Kamera einstellen, oder? Third Person, da. Punkt, Komma. Ja, ich bin jetzt Captain. Geil. Immer wieder ein neues geiles Zeugs entdecken hier. Und scheiß, das Spiel ist echt cool. Das macht so dermaßen Bock. Das Problem ist, dass ich mich immer... Jedes Mal aufs Neue überwinden muss, das zu starten. Weil ich weiß, ich bleib einfach so lange dran hängen an dem Spiel. Was haben wir hier? Was ist das? Was ist das? Kann man... Damit muss man doch was anfangen können. Das ist doch so riesig. Wir haben ein paar Schrott gefunden. Und ich hoffe... Ich hoffe jetzt inständig... ...dass wir nicht vom Hai ertappt werden dabei. Aber ganz ehrlich, ich glaube eigentlich nicht. Wir sind viel zu weit weg vom Hai. Ist hier noch mehr? Kann man das da auch abernten? Ne, aber hier schon. Den Schrott können wir mitnehmen noch. Oh, ich habe daneben gehauen die ganze Zeit. Komm schon. Lass mich nicht wegen meiner Gier sterben. Das da kann ich, glaube ich, tatsächlich abbauen. Oh ja, das ist hier ja ein wahres Schatzparadies. Was ist das hier? Toll. Stein. Super. Kann ich hier mit der Axt irgendwas abbauen? Nein. Ja, lass mal nicht zu gierig werden. Hinterher räumen wir das nur. Das hier kann man nicht abnehmen. Ne, okay. Was haben wir hier? Ananas. So viel tolles Zeugs. Ich weiß gar nicht. Wie wir das verdient haben. Da war eine Kiste. Habe ich genau gesehen. So. Das nehmen wir mal kurz mit. Das essen wir alles auf gleich. Das geht weg. Und jetzt ganz schnell. Eine Rübe nach der anderen reinpfeifen. Voller Pulle hier. Pickepacke satt. Wir sind soweit gewappnet. Unrat noch außer Taschenwerfen hier. Ach, da ist auch noch Schrott oben drauf. Guck mal hier. Achso, kann ich einfach nehmen. Muss ich gar nicht abbauen. Also wie diese Holzplanken hier. Achso, das ist der Anker. So, hier war aber irgendwo noch. Da. Da ist die Holzkiste. Wie komme ich denn da ran? Hier rum. Boah. So viele Scharniere. Guck mal. Boah. Cool. Und Rezept auch noch. Mega. Mega. So, Rezept. Hi, haben URH. Ist anscheinend erforscht worden. Oder was? Oh. Habe ich das gesehen? Eine Mikrowelle? Ein Empfänger. Was ist das? Stationärer Anker. Ach, den kann ich dann behalten. Da brauche ich aber einen Metallbarren für. Hm. Zurück an Land. Huah. Huah. War das die einzige Kiste? Ich hätte geschworen, hier war doch noch eine Kiste. Hätte ich jetzt wirklich. Ich wäre mir sehr sicher gewesen, dass hier noch eine Kiste gewesen wäre. Kann ich das nicht irgendwie... Also, das sieht so vielversprechend aus, hier. Hätte geschworen, dass man das bestimmt abbauen kann. Wasser, Melone. Frühstück. Eigentlich würde ich gerne hier bleiben. Ackerbau betreiben und so. Ich glaube, das wäre besser. Ich glaube, das wird richtig gut funktionieren auch. Los. Auf da. Auf. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht der Behausung hier genähert, oder? Oh, was haben wir denn hier? Öhlenpilz. Was ist da? Ah. Brauche ich dafür eine Schaufel, oder reicht das hier? Das reicht. Nein, das reicht nicht. Dafür bräuchte ich eine Schaufel. Kann ich eine Schaufel bauen? Paddel. Hm. Hammer. Nee. Leider nicht. Leider nein. Leider gar nicht. Hm. Hallo? Cool. Oben. Oben auf, Herr Nikolaus. Entschuldigung, dass ich gegen das Mikro gehauen habe. So, ist hier noch irgendwo was, was ich noch nicht gesehen habe? Also, so ein Atoll, das ist ja schon, das ist ja toll. Schade, dass ich das nicht... Kann ich da vielleicht mit rumstochern? Nein, mit dem Paddel vielleicht? Auch nicht. Ah. Trotzdem klasse hier. Trotzdem klasse. Ein Blümchen will ich nicht. Blümchen habe ich genug. Ein paar Blätter. Irgendwo habe ich doch jetzt meinen Scheiß liegen lassen. Für die Melonen, ne? Fällt mir gerade so hart ein. Ja, da kann ich nicht dran. War das nicht hier irgendwo? Nicht mehr so sicher gewesen. Ananas. Für Ananas war es. Das ist genau. Lässe ich die Melonen halt auch. Aha. Gelbe Blume. Toll. Ja, gut. Dann haben wir dieses Abenteuer wohl durchlaufen. Ich glaube, mehr ist hier nicht zu holen, leider. Ich würde mich ärgern, wenn ich was übersehen habe. Lieber noch eine Nacht drüber schlafen. Bauch vollgeschlagen mit Melone. Ich will hier eigentlich nicht weg. Eigentlich könnte man hier sehr, sehr, sehr lange leben. Ey, Alter, ich lebe schon die ganze Zeit auf dem Floß ohne Probleme. Wäre das ja wohl ein Klacks. So. Einmal hier bitte noch. Da hat der Hai zugeschlagen. Schweren Herzens. Da muss ich mich verabschieden. Ich löse mich überhaupt nicht. Ich komme gar nicht weg hier. Das sind bestimmt diese Rangpflanzen, ne? Tschüss, beeindruckende Insel. Ah, schön war's, schön war's, schön war's, schön war's. So, Dach ist drauf. Ahoy! Ich weiß nicht, ich will eigentlich diese Pflanzen noch haben, diese Rangpflanzen. Ja, aber man bekommt halt nicht immer, was man will. Ja, aber man bekommt halt nicht immer, was man will. Beim nächsten Mal. Hübsch, oder? Tolle Insel. Wirklich toll. Schon beeindruckend. Aber mein Floß ist auch toll. Home sweet home. An der Stelle ist das scheiße. An der Stelle hätte ich's lieber. Hübsch. Du hättest es am liebsten hart, ne? Hier hast du hart. Frechheit. Frechheit. Ach, alles schon vorbei, ja? Treiben wir jetzt in eine ganz andere Richtung. Okay. Ich komme quasi nochmal an der Insel vorbei. Ich überlege echt, ob ich mir nochmal einen Anker baue. Aber, ach komm, nützt alles nichts. Wir müssen weiter. Wir müssen überleben. An Land kommen. Und wir müssen auch mal ein bisschen aufräumen hier, die Bude. Warte mal, erst mal. So. Ich hab viel zu viel Kram in der Tasche gerade, einfach. Alle Kisten voll. Die kleinen nützen einem gar nichts hier. Weg. Weg. Ich brauche Holz. Holz brauche ich. So. Noch mehr Holz. Mehr Holz. Mehr Holz. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Hört ihr das? Was ist das? Krabbelt hier was her? Und wenn ja, wo? Ich glaube, hier muss man eine etwas größere Übersicht haben. Ich bin doch nicht bekloppt jetzt, oder? Da krabbelt hier. Da krabbelt doch was her. Ist irgendwer hier an meiner Ernte? Nee. Muss das hier mal repariert werden, da unten? Nö. Und das hier muss aber weg. So. Oh nein. Ist was von meinem Dach eingestürzt? Ah, geht nicht. Das ist aber doof. Ich muss das hier aber auch einreißen. aus der Not heraus geboren. Ausgerechnet von den Palmenblättern habe ich auch noch zu wenig. Immer schön jetzt hier mit Decke und so. Den Zwischenboden kann ich wegnehmen und den auch. Na hier, schönes Dach jetzt hier. Guck mal. Uh, fein. Nur vom Feinsten kann ich dazu nur sagen. Aber trotzdem, zurück zum Thema. Ich brauche immer noch eine Scheiße. Mhm. Ja. Ja. messenger Vielen Dank.